Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind zurück im Mikana Canyon. Da haben wir es ja in der letzten Folge her geschafft. Oh, ein Octorok. Da müssen wir bestimmt drüber. Moment. Nee, das wollte ich nicht. Lass mich mal bitte hier wieder hoch. Ich bin ja so ein Blöppo. Äh, da ist ein Baum. Mit dem können wir uns bestimmt mit dem Fanghaken hochziehen, richtig? Äh, das, aha, okay, da sind noch mehr Bäume. So, und jetzt? Ah, da oben. Da ist wieder ein Tingel. Nee. Oh, na gut, jetzt aktivieren wir erstmal die Rollenstattung. Aha. Au. Nee. Oh, ne Fee. Moment. Hier holen wir uns kurz. Guck mal bitte her, Fee. Sehr schön. Oh, nein. 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 Wir atmen kurz tief durch. Bin immer noch der Meinung, dass ich nach links gedrückt habe und nicht nach unten, aber hey. Okay. Äh, so. Ah, soviel zu der Fee. Ah, guck, vielleicht filmen wir ja gleich noch eine. Heile, Magie. Tode, Fee. Ein toder Vogel. Kriegen wir den? Nein. Da nehmen wir halt einen Pfeil. Oh, interessant. ich weiß nicht ob er noch karten für uns hat und soviel das heißt nicht mehr noch nicht und wer verfolgt uns schon wieder kriege ich bleib mal hier oder nicht wieder nicht wieder ab so also die karte für das ikanergebiet haben wir ja schon mal gucken ob man noch irgendeine weitere hat felsenturm und stadt das heißt wir brauchen ruhe die unruhsstadt haben wir doch schon aber felsenturm haben wir auf jeden fall noch nicht aber okay wir gucken mal ob wir hier irgendwo noch an rubine kommen natürlich natürlich weil wir können das rubin im problem ja recht einfach lösen moment die namen ganz kurzen unruhsstadt holen uns paar rubine und dann ist gut schlau ne so schon sind wir wieder zurück in die muru-sstadt gut also machen wir uns mal kurz auf auf postborder äh nie einzahlend so abheben ähm wir nehmen mal 50 mit sind wir auf jeden fall auf nummer sicher und können wir mal gucken aber eigentlich wie gesagt die karte von unruhsstadt haben wir ja eigentlich schon so meldstraße dämmerweil ne zurück ikanler canyon die karte von unruhsstadt haben wir auch gleich wieder weg und dann packen wir die flasche auch gleich wieder weg und dann packen wir die flasche auch gleich wieder weg äh machen wir mal so und wir gehen nach oben holen uns jetzt unsere karte also zumindest meine karte ähm gehen runter ja ja jetzt haben wir ihn schon zum dritten mal vor mir geschossen äh bla bla felsenturm oh ok nur um auf nummer sicher zu gehen war auch schon ok gut äh dann brauchen wir wohl keine karten mehr so dann gucken wir mal was haben wir denn hier ach zu spät ach der ist einen ticken weiter weg geisterhaus ziellose geister warten nur auf ihre einkunft hol ab ins geisterhaus oh 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 das kennen wir doch aus der kurina of time das reich von ikana wurde auf diesem land erbaut seine geschichte ist mit dunkelheit befleckt und im blut getränkt sogar jetzt noch versammeln sich die geister jener hier die keine ruhe finden können jene die hier sind um den zu finden der stärker ist als sie finden vielleicht die stärke in einer gruppe von geistern deren unerführtes verlangen nicht mit ihnen starb sofern du vertrauen in dein geschick und deine kraft hast versuch diese verlorenen seelen zu retten dennoch musst du den irdischen preis von 30 rubien bezahlen klassiker ja komm öööö Oh, 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 oh. äh warum funktioniert denn das nicht? aha irgendwie ist das hier so ein timing Ding haben wir oh gleich 2 komm äh ah verdammt zu spät zu spät oh nee ich krieg die ich krieg die ich bin echt zu doof dafür ne ich hab keine Pfeile mehr äh kann man die äh 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 okay wir können im notfall auch mit der waffe rede gehen äh okay äh das war dum aber mama nochmal äh 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 da da haben wir nr 1 so dann kümmern wir uns auch erst mal um den blauen nur hier ein nach dem anderen zack so mal äh 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 So, Nummer 3. Ich hab noch Nummer 4 und Nummer 4. Ah, wir kommen da nicht ran. Das funktioniert bei denen nicht. Ah, mit dem Dings geht das schon. Let's do it. Ja, oh, look up. Nummer 3. Und Rubin. Es scheint, als wären ihre Seelen nun geheilt. Ich bereiche dir das irdische Habgut dieser Geister. Nimm es, Toxy. Guten Herzteil. Das ist doch dein Name, oder? Ich kann die Herzen der Menschen lesen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Jetzt ist doch meine eigene Seele wieder geheilt. Hihihi. Okay. Cool. Wie viel Herzheil haben wir eigentlich, Akul? Eins. Eins. Gucken wir uns hier mal noch ein bisschen weiter um. Ist man nicht. Was haben wir denn hier in den Höhleneingang? Wir wollen mal wahlen. Nee. Das ist der Felsenturm. Ich glaub, hier müssen wir noch gar nicht hin. Wir müssen mal zurück. Wir sind hier ein bisschen falsch, glaub ich. Ich glaub, wir müssen wieder runter. Hast du ja. Oh. Immerhin Rubin. Hier sind ein Haufen Mumien. Das ist doch der Höhleneingang. Warum bin ich denn da nicht gerade reingegangen? Was haben wir denn hier? Höhle der Quellen. Oh. 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 So. Ich glaub hier, wenn ich mich richtig erinnere. Treffen wir hier Dua. Was hast du, ein Königreich von Ikana zu suchen? Dieses Land gehört uns geistern. Was ist das, dieses Lied? Nein, das kann nicht sein, dieses Lied. Ah, ich glaube, ich habe meine Melodie schneller gespielt als er seine. Oh, da kommt ein richtiger Fluss raus. Ja, okay, das ergibt Sinn. Oh, das hat mir schöne Musik gespielt. Oh, das ist das Lied. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, da kommt eine Lied. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Die Tür ist offen. Ich glaube, wir können jetzt in das Haus rein. Moin, mein geliebter Bruder. Vergib deinem nährlichen Bruder, der davon traumte, das Königshaus könne wieder auferstehen. Du, der du die Toten nicht fürstest. Durch das Lied meines Brudders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Die Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufrufe setzte. Doch zeigst du wahrlich keine Furst vor den Toten. So geh zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluches, der uns so quält. So höre nun. Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hinein kennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Stosses auf das Eintreffen des einen, der den Fluch rächen wird. So lautet meine letzte Bitte. Okay, 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 cool, 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 cool. Das machen wir doch. Ne, so weit war ich gar nicht. Nein. Wo war es denn? Dach da. Links, rechts runter. Müssen wir uns schon mal merken. Auch mal gleich. So, und was wir noch brauchen, ist die Felsmaske. Felsmaske. Damit wir hier unentdeckt durch die Gegend wandern können. Denn haben wir die Felsmaske nicht auf, würde sich das Mädchen vor uns erschrecken und in das Haus laufen. Mumia. Oh, nein. Und dafür genau brauchen wir nämlich das Lied. Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Pamela. Damit haben wir eine neue Maske. Du hast Gyptos Maske erhalten. Einst saß dieses abstoßene Antlitz auf dem Gesicht von Pamelas Vater. Diese Maske wirkt so echt, dass selbst ein Gypto dich für einen, der Seiden hält. Oh cool, damit können wir die Mumien dann täuschen. Äh, können wir hier noch irgendwas machen? Jetzt lass sie endlich in Ruhe. Verstehst du denn gar nichts? Du bist demmaßen unsensibel. Tja, Entschuldigung. Ich wollte doch nur nochmal gucken, ob die vielleicht noch irgendwas zu sagen haben. Na, aber dann halt nicht. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Hey, 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 hey. Was haben wir denn hier? Ausgetrockener Brunnen. Aufgrund dieser Geisterscheinung ist der Zutritt unter Sein. Oh. 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 dafür müssen wir beim nächsten mal also ich sag mal dass wir das beim nächsten mal machen dafür müssen wir ein paar sachen organisieren daran erinnere ich mich noch beim nächsten mal das heißt wir machen an der stelle schluss für heute und sehen uns dann beim nächsten mal wieder ab noch einen schönen tag haute rein bis dann tschüss